Joost Naturstammhaus, Ihr Spezialist für individuelles Bauen im Einklang mit der Natur. Im individuellen Naturstammhaus profitieren Sie von den hervorragenden Eigenschaften des CO2-neutralen Baustoffs Holz. Es bietet ein gesundes und angenehmes Raumklima, besonders auch für Allergiker und Asthmatiker, eine gute Dämmung mit ca. einem Drittel weniger Energieverbrauch als konventionelle Bauweisen und natürlich ein unvergleichliches Ambiente. Joost Naturstammhaus – einfach gesund wohnen und leben.